Ich hab dir doch schon gesagt, es könnte etwas später werden. Die Hauptstraße ist gesperrt und jetzt muss ich noch so einen blöden Weidweg benutzen. Meine Güte! Hilfe, er wird mich töten. Wen meinen Sie mit er? Bitte helfen Sie mir, bitte! Steigen Sie ein! Wir fahren Sie zum Krankenhaus. Ach, Herr Thierry-Noman, das kann doch nicht wahr sein! Als wäre der Tag nicht schon verrückt genug! Was? Was ist da los? Ach du Sche... Wo ist er hin? Verdammt! Bleib stehen! Nein, nein! Gehen um! Gehen um! Untertitelung des ZDF, 2020